Ja, dann darf ich erst mal begrüßen. Einen schönen guten Abend aus Bad Kreuznach. Hier neben mir sitzt der Kollege Michael Grunewald vom Zentrum gesellschaftliche Verantwortung. Michael ist heute ja der Gast. Es geht ja um Thema Digitalisierung, wie Digitalisierung unsere Gesellschaft auch verändert. Eine kurze Bemerkung noch zum Format heute Abend. Ich hoffe, dass wir ins Gespräch kommen, dass das eben nicht so ein reiner Vortrag auch wird. Wenn ihr Beiträge habt, fühlt euch eingeladen, einfach mitzureden. Ihr könnt auch gerne über den Chat schon mal einen Anstups geben oder was reinschreiben, dass ich dann die Fragen dann einfach auch mit einbaue. Ja gut, ansonsten erst mal Michael, vielen Dank, dass du heute hier bist. Und ja, vielleicht sagst du einfach mal kurz so ein paar Sätze zu deiner Person, warum du heute auch hier bist. Ja, schönen guten Abend zusammen. Mein Name ist Michael Grunewald. Ich arbeite, wie Tobias gesagt hat, im Zentrum gesellschaftliche Verantwortung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Ich bin von Hause aus Soziologe, das heißt Gesellschaftswissenschaftler und mein Auftrag besteht darin, für die evangelische Kirche zu schauen, wie die Digitalisierung sich im gesellschaftlichen Zusammenleben, in dem, was in der Gesellschaft passiert, auswirkt. Das sind erstmal ein paar ganz grundlegende Sachen. Das heißt, die Kirchenleitung zu beraten oder Kirchenleitende Gremien zu beraten, die dann immer mal fragen, wo soll sich Kirche einmischen, wo nicht, wo haben wir irgendwie was zu sagen, wo betrifft es uns, wo müssen wir uns als Organisation selber entwickeln, weil wir ja Teil der Gesellschaft auch natürlich Teil der Digitalisierung sind. Und da ist mein Auftrag, zu schauen, wie, ich sag mal, Formate geschaffen werden können, die eben diesen gesellschaftlichen Veränderungsprozess auch ein bisschen sichtbar und deutlich machen können. Ja. Also ich glaube, wir werden vielleicht auch eine ganze Menge Fragen haben, auch so zum Thema Digitalisierung, Gesellschaft. Was ist das überhaupt, Digitalisierung? Für mich auch immer so ganz spannend. Wo befinden wir uns jetzt gerade, aber wo gehen wir auch hin? Wo werden wir vielleicht in ein paar Jahren auch sein? Aber fangen wir doch erstmal so ganz grundlegend an. Digitalisierung, das ist ja so ein richtiges Buzzword. Also das hört und sieht man ja überall in jedem Kontext. Aber wovon reden wir, wenn wir über Digitalisierung reden? Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil es gibt zwar Definitionen, was Digitalisierung ist. Aber erstmal ist es so, dass Digitalisierung als technischer Prozess verstanden wird. Das heißt wirklich Digitalisierung, analoge Gegenstände, die man anfassen kann, die man haben kann. Wir denken an eine Schallplatte. Wir denken an Bücher, die sozusagen haptisch begreifbar sind, überführt werden in Daten, in Nullen und Einsen und letztendlich damit auch gar nicht mehr begreifbar sind. Was es ein Stück weit schwierig macht, das überhaupt zu verstehen, weil es für uns gar nicht mehr sichtbar ist. Wir sehen eigentlich nur noch Oberflächen. Und diese Digitalisierung, ich mache das immer ganz gern an verschiedenen Beispielen. Aus dem schulischen Kontext kennen ganz viele noch Overhead-Projektoren, also Projektoren, die irgendeinen Text auf einer Folie hatten, die dann an die Wand geworfen ist. Da gab es den Text, der war auf der Folie, den konnte man mitnehmen, den konnte man kopieren. Heute ist das in Präsentationsprogrammen drin, dass man das einträgt. Man kann die Präsentationen an alle verschicken, man kann sie mit nach Hause nehmen. Es gibt verlustfreie Qualitäts, bei gleicher Qualität, Kopien endlos, die man auch sofort irgendwo hinschicken kann. Und das ist schon ein wesentlicher Unterschied zu vorher. Ganz einfache Möglichkeit, Dinge, die digitalisiert sind, zu kopieren. Das heißt, wenn wir von Digitalisierung reden, das ist jetzt eigentlich erst mal nur eine Veränderung des Zustandes. Also vorher hatte ich etwas Haptisches und jetzt wird etwas in das Format Einsen und Nullen übertragen. Genau, das ist ein Teil der Digitalisierung. Digitalisierung beschreibt aber einen Prozess. Das, was wir haben, ist sozusagen die Überführung in Daten. Das ist das eine. Teil der Digitalisierung, das andere ist aber durch diese Überführung in Daten passiert gesellschaftlich auch etwas. Wenn wir heute überlegen, wie wir miteinander kommunizieren. Ja, das hat sich ja sehr stark gewandelt. Ich sage mal, ich bin aufgewachsen. Ja, ich bin 1959 geboren. 1965, wir hatten zu Hause kein Telefon. Ja, das gab also keine Möglichkeit der direkten Kommunikation. Wenn ich meiner Mutter sagen wollte, dass ich heute später nach Hause komme, musste ich bei Frau Petzert, das war unsere Nachbarin, anrufen und damit sie runtergeht zu meiner Mutter und Bescheid sagt, dass ich eine Stunde später komme. Ja, das ist heute undenkbar. Ja, heute ist es direkte Kommunikation, die ist persistent, also ist dauernd möglich. Es gibt eigentlich keine Pause mehr. Es gibt eine direkte Erreichbarkeit. Ja, und das ist aber nicht nur ein technischer Prozess, sondern der macht auch etwas mit uns. Zum Beispiel die Erwartung, dass wenn man jemandem etwas schreibt, auch gleich eine Rückmeldung bekommt, weil er muss doch sofort irgendwie das sehen. Ja. Ja, dafür gibt es dann in den Apps oder in den Programmen, die man benutzt, gibt es dann kleine Signale, die einem sagen, der andere hat es gesehen, der andere hat, ja, er hat es doch gesehen, warum schreibt er nicht zurück? Was ist da? Ja, und gerade in den unterschiedlichen Altersstufen hat das ganz, ganz erhebliche Auswirkungen. In der Kindheit und Jugend, wo es ganz viel um Freundschaften und Beziehungen geht, um Beziehungsarbeit und gucken, wo bin ich, wo bin ich beliebt, wo, ja, da ist es immens wichtig. Ich sage mir jetzt mal, wenn ich irgendwo jemanden schreibe und der antwortet erst zwei Stunden später oder einen Tag später, macht mir das auch nichts. Auf der anderen Seite, ich sage mal, das beste Beispiel, was dieser Prozess ja mit sich bringt, das sehen wir jetzt auch in dieser Veranstaltung, dass wir jetzt den David hier haben, der jetzt gerade aus dem fahrenden Bus jetzt hier auch mit teilnehmen kann über die Datenverbindung aus seinem Smartphone und auch mitdiskutieren kann. Also hallo David nochmal. Hallo, hallo. Funktioniert sogar im Tunnel hier, erstaunlicherweise. Aber die Beleuchtung ist jetzt schon ein bisschen schlecht, deshalb sieht man mich kaum. Ja, wobei in der Digitalisierung Tunneln ja auch nochmal eine andere Bedeutung hat. Also eine Verbindung zu tunneln, heißt ja sozusagen, sie ein wenig unsichtbar zu machen. Du bist ja jetzt auch unsichtbar, aber du bist ja nicht ganz weg. Ja, das heißt in dem Augenblick, wo du aber digital eingeloggt bist in die Software Zoom, gibt es wiederum Möglichkeiten zu gucken, wo bist du? Ja, wo hältst du dich gerade auf? Du kommst an verschiedenen Mobilfunkstationen vorbei. Alle tracken, wo du dich gerade aufhältst, sonst könnte dein Gerät nicht funktionieren. Ja, und dann lassen sich Profile bilden. Bewegungsprofile, die man dann auch beispielsweise mit anderen Aktivitäten wiederum verknüpfen kann. Und dann kann man relativ gut nachvollziehen, zumindest bei Personen, die in der digitalen Öffentlichkeit aktiv sind, wo sie waren, wer sie sind, was sie tun und, und, und. Ja. Genau. Ich glaube, da kommen wir nachher auch nochmal so ein bisschen genauer drauf, wenn es um so Profile geht. Also wir hatten ja auch so das Thema Datenschutz auch mit in den Abend genommen. Was ich jetzt nochmal so ganz interessant finde, du hast vorhin schon mal so angesprochen, dass dieser Prozess der Digitalisierung und diese Veränderungen, die werden ja auch von unterschiedlichen Generationen unterschiedlich auch wahrgenommen. Wenn ich jetzt einfach mal schaue, ich zeige euch jetzt hier gerade mal etwas und ich wette von euch, viele von euch, die aus Deutschland kommen, haben das auch schon mal gesehen. Das ist der Volkszählungsbogen von 1987, der Personenbogen, der Zensus, die Volkszählung. Da wurden Haushalte aufgefordert, Fragen zu beantworten, nach Familienstand, Geschlecht, rechtliche Zugehörigkeit und so weiter. Und ich war damals erst elf Jahre alt. Ich kann mich nur im Rahmen oder ganz, ganz, ganz schlecht daran erinnern, habe ich aber die Tage mit meinen Eltern auch nochmal drüber unterhalten. Und da waren wirklich hunderttausende Leute auf der Straße und haben gegen diese Datenerhebung demonstriert. Und ich meine, das ist jetzt gerade mal 30 Jahre her. Wenn ich sehe, für was für Daten wir heute auf die Straße gehen würde, sieht das ja ganz anders aus. Dann stellt sich mir dann natürlich auch die Frage, wenn wir in den 30 Jahren jetzt so eine starke Veränderung haben, wie sieht das denn nochmal in 20 Jahren vielleicht aus? Regen wir uns jetzt vielleicht sogar auch, ja, unnötig über Facebook und Google auf, die jetzt unsere Daten haben wollen? Ist das in 20 Jahren nicht ganz selbstverständlich? Ja, ganz sicher. Also 1987 kann ich mich noch sehr gut erinnern, weil es erstens das Jahr ist, in dem mein Sohn geboren wurde. Zweitens musste ich 150 Mark zahlen, weil ich mich geweigert habe, diesen Bogen auszufüllen. Das ist natürlich auch der Zeit geschuldet. Das heißt, es ist bei Datenerhebungen, die sind ja nicht neu. Also auch wenn man in die Bibel schaut, gibt es schon Datenerhebungen, ja. Das ist immer ein wichtiges Instrument für Staaten oder für Organisationen zu sagen, okay, wir brauchen bestimmte Planungsdaten, ja. Aber man muss natürlich sehen, in welcher Zeit das 1987 geschehen ist. Da gab es vorher schon eine ganze Reihe von sozialen Bewegungen, die, ich sag mal, auch im Widerspruch zu staatlichen Bestrebungen stattgefunden haben. Ja, also wir denken mal hier an Umweltbewegungen, wir denken an die Frauenbewegung, soziale Bewegungen, die im Gegensatz zum Staat gestanden haben, ja, weil der Staat bestimmte Sachen eben nicht gehandelt hat. Ja, und diese Volkszählung war ja auch erst mal eine Sache des Staates, der gesagt hat, wir brauchen von euch Bürgerinnen und Bürgern, brauchen wir Daten für Planung. Und da ging es ja schon los zu sagen, aber warum braucht ihr denn diese Daten? Ja, warum braucht ihr diese Daten nicht? Es wurden ja immer schon Daten erhoben, also zumindest, wenn man irgendwo gewohnt hat, hatte man eine Anmeldung, diese Daten gab es. Ja, da war immer die Frage, und das war auch natürlich nachher im Bundesverfassungsgericht die Frage, gibt es denn Daten, die, ich sag mal, gesellschaftlich irrelevant sind? Und da hat das Bundesverfassungsgericht in dem Volkszählungsurteil ja etwas festgestellt, dass man als informationelle Selbstbestimmung heute sagt. Das heißt, Bürgerinnen und Bürger müssen grundsätzlich das Recht haben, darüber zu entscheiden, wer Daten haben darf und wer nicht. Wenn ich freiwillig die Facebook gebe oder wenn ich die Google gebe oder wem auch immer, dann ist es mein Akt der Freiwilligkeit. Ich muss ja Facebook nicht nutzen. Ich habe noch nie WhatsApp gehabt, ich werde es auch nicht haben aus Datenschutzgründen, aber es ist meine Entscheidung. Und diese Entscheidung, die hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, ist Teil der informationellen Selbstbestimmung. Ich bestimme selber. Das Problem heute ist ein ganz anderes. Das Problem heute ist eigentlich, dass wir gar nicht mehr selbst bestimmen können, wer welche Daten hat und wer mit welchen Daten was macht, weil es hinter unserem Rücken passiert. Wir wissen gar nicht mehr, wer alles Daten sammelt, was mit den Daten gemacht werden, wofür die Daten gesammelt werden, wie sie verarbeitet werden. Das wissen wir heute gar nicht mehr. Ja, wir hatten ja auch bei den Auftaktveranstaltungen auch vor Ort im Gespräch mit dem Peter Knack ja auch einen Schwerpunkt auf die ganzen Sprachassistenten. Und da wurde ja auch deutlich, die sind mittlerweile allgegenwärtig, als dass wir es überhaupt fassen können. Also die werden immer mehr Geräte eingebaut, auch in Haushaltselektronik, in Lautsprechersysteme, in Boxen, dass man selber gar nicht mehr weiß, dass so ein Gerät überhaupt dasteht. Und dann werden einfach unwissentlich Daten auch erhoben von einem selbst, ohne dass man es weiß. Die Frage ist ja, Michael, wie gehen wir denn da um? Oder ich sag mal, wie können wir denn als Bürger reagieren? Oder wie können Bürger reagieren, die denn vielleicht das Gefühl haben, dass die irgendwie bald von dieser Technik überrollt oder abgehängt werden? Naja, du hast jetzt ein paar Aussagen getroffen, die würde ich mal in Frage stellen. Also erstmal würde ich sagen, grundsätzlich ist das so, dass wir wissen könnten, wenn wir wollten, was gemacht wird. Ja, das heißt, wenn ich eine App auf einem Smartphone installiere, das Projekt heißt ja Smartphone entdecken. Wenn ich jetzt hier mein Smartphone anschauen würde und würde sagen, okay, ich starte das Gerät jetzt. Auch das hat Peter Knark arbeitet als Datenschutzbeauftragter bei der Stiftung Warentest. Die haben festgestellt, und das kann ich auch jeden Tag reproduzieren, dass wenn ich mein Smartphone einschalte, dieses Gerät schon, obwohl ich noch gar nichts gemacht habe außer einschalten, schon alleine, bei mir ist es jetzt der Fall, zu 52 Servern Kontakt aufnimmt. Das kann ich aktiv verhindern. Und wie? Ich kann es verhindern, indem ich hier beispielsweise dieses Smartphone eine App verwende, die den Internetzugang der einzelnen Apps sperrt. Okay, könntest du uns das mal zeigen, wie das aussieht? Dann müsste ich mich hier, glaube ich, einloggen, ja, in Zoom. Ja, natürlich. So, die Elen fragt, wer schaltet denn noch sein Handy an? Naja, wahrscheinlich ist das aber auch, sobald es aus dem Flugmodus auch, ich sag mal, aufgeweckt wird, also die Datendienste auch aktiv sind. Und das ist zumindest bei mir eigentlich täglich der Fall, weil ich mein Smartphone abends auch immer in den Flugmodus versetze. So, der Michael kommt jetzt noch mit dazu. Machst du ohne beitreten und dann kannst du direkt freigeben unten. Genau, wir bekommen jetzt. Teilen, ja? Ja, teilen, genau. Das ist jetzt nicht abgesprochen und wir sind jetzt im Prinzip Bildschirm sehr spontan, genau. Jetzt starten. So, genau. Ich habe also hier eine App, die heißt Firewall ohne Root und wenn ich diese App aufrufe, sieht man hier, ich habe das Smartphone vorhin gestartet, dann sehe ich hier schon unterschiedliche Zugriffsversuche. Da steht hier vorne die App, ein Device Health Service, was immer das auch ist, hat vier Zugriffsversuche gemacht. Ja, und ich sehe hier genau, anhand der IP-Nummern könnte ich jetzt rausfinden, wer ist denn da überhaupt interessiert an Daten und dann würde ich feststellen, aufgrund der Nummer 172.2.17.1.2.39, das ist wahrscheinlich Google. Ja, das heißt, wenn ich jetzt in ein IP-Findungsprogramm diese Nummer eingeben würde, würde es mir anzeigen, dass diese Nummer zu einem Server in Paolo Alto, Kalifornien gehört. Ja, und so geht das hier mit allem Möglichen. Also mein E-Mail-Programm will natürlich, mein Wetterprogramm hat zwei Zugriffsversuche, dann gibt es hier einen Game Optimizing Service, alles Dings, die ich nicht brauche und dann kann ich hier entscheiden, welche App darf was. Ja, ich weiß natürlich hier beispielsweise Facebook, habe ich jetzt Firefox, ja, aber zum Beispiel kein Fotoprogramm. Das kann ich alles festlegen. Man muss sich allerdings ein wenig mit den Innereien Beschäftigten des Smartphones beschäftigen. Ja. Freikampf stoppen, genau. Ja, aber genau, das ist jetzt aber genau die entsprechende Frage. Du sagst, jeder kann das im Prinzip machen, aber weißt du denn, was hinter all diesen Befehlen und Anfragen steckt? Welche Dienste dahinter stecken oder was können Menschen machen, ich sag mal, die jetzt gerade im Smartphone anfangen, die damit eben überhaupt nichts anfangen können? Genau. Erstmal kannst du überhaupt nicht sehen, was diese App macht. Du weißt auch nicht, welche Daten versendet werden. Ja, wir wissen das alle nicht. Ich habe hier so ein Fitness-Tracking-Armband, um meine Herzfrequenz ärztlicherseits mal zu kontrollieren. Ja. Ich weiß, dass diese Daten zu meinem Smartphone gesendet werden über eine Verbindung und ich weiß, dass diese App immer versucht, ins Internet zu gehen. Warum sollen meine Daten in das Internet gesendet werden? Ich weiß überhaupt nicht, zu wem, wer bekommt diese Daten. Also habe ich die App blockiert, was dazu führt, dass ich hier zwar eine Aufzeichnung habe, aber ich kann sie nicht abrufen. Ja. Okay. Ich weiß es nicht. Ja, das sind sozusagen die Grenzen. Das hat das Bundesverfassungsgericht damals nicht sehen können, dass diese Entwicklung stattfindet, dass dieses informationelle Selbstbestimmungsrecht Grenzen hat in der Technologie, die verwendet wird. Und die Technologie ist heute so, dass wir hinter diese Kulissen gar nicht mehr schauen können. Das können auch Fachleute nicht mehr. Der Titel von der Veranstaltung ist ja auch die Auswirkung auf die Gesellschaft. Sind wir als, ich sage mal, auch deutsche Gesellschaft oder deutschsprachige Gesellschaft vielleicht zu übervorsichtig, zu sensibel und zu ängstlich im Umgang mit Daten? Ich will nur mal so als Beispiel sagen, ich war vor zwei Wochen, war ich sieben Tage auf einer Bildungsreise in Estland. Und Estland zählt ja so als Vorreiter der Digitalisierung. Und ich fand es ausgesprochen gut dort, weil diese ganze Faszination, die lässt sich nämlich auf drei bis vier Sachen reduzieren, woraus die ganze Innovation in Estland ja auch resultiert. Das ist zum einen, dass sie bereits seit der 2000er Jahren die digitale Unterschrift haben, also eine rechtsverbindliche Unterschrift digital. Es ist so, dass man dort nur noch einen Ausweis mit einer ID hat. Diese ID ist mit zwei Passwörtern geschützt. Und über diese eine ID läuft im Prinzip alles. Also das heißt, da ist die Gesundheitskarte läuft da drüber, die ist der Führerschein läuft da drüber, der Ausweis läuft da drüber. Und in Estland gibt es eine zentrale Datenstruktur. Das heißt, es gibt von jedem Bürger nur einen einzigen Datensatz. Es ist nicht so wie in Deutschland, dass man bei jedem Amt, wo man hingeht, einen separaten Datensatz angeben muss. Und wenn man das mal vergisst, dann gibt es irgendwie fünf, sechs fehlerhafte. Es gibt einen zentralen Datensatz. Und wenn jetzt zum Beispiel mal eine Verkehrskontrolle kommt, ist es von der technischen Seite aus so geregelt, dass nur die Daten, die den Führerschein betreffen oder die polizeilich relevanten Daten abgerufen werden kann. Ärzte können nur die medizinischen Daten abrufen. Und man selber hat die Möglichkeit, in einem Staatsportal, wenn man sich einloggt, einzusehen, wer wann welche Daten abgerufen hat. Also das heißt, das ist eigentlich ein sehr offener Umgang mit den Daten vom Selbstverständnis her, weil halt auch gesetzlich geregelt ist, A, die Daten gehören dem Bürger. Die Frage, wem die Daten gehören, die stellt man sich da gar nicht. Das ist gesetzlich geregelt, die gehören dem Bürger. Und B, der Staat ist haftbar für die Daten, wenn er sie verliert oder wenn es einen Datenleck gibt. Wir haben natürlich viel geschaut, was in Estland möglich ist, wie es in Deutschland läuft. Und wir haben festgestellt, es gibt einen gravierenden Unterschied in der Mentalität, weil die erste typische deutsche Frage ist dann auch, wie sicher sind die Daten? Denn digital, sowas kann ja gehackt werden. Ja, von daher die Frage, müssen wir uns als Gesellschaft vielleicht auch irgendwie verändern, um oder auch offener werden, um, ich sag mal, mehr von der Digitalisierung auch profitieren zu können? Naja, also ich würde erst mal sagen, als Mensch mit einem gewissen historischen Verständnis ist ja zu sagen, dass Datenerhebung und das, was der Staat damit macht, nicht ganz neutral ist. Ja, das heißt, wir haben eine Zeit gehabt des Nationalsozialismus. Man stelle sich vor, dass welche Religionszugehörigkeit, welche Meinung jemand vertritt, heute Facebook mit relativ großer Wahrscheinlichkeit schon genau feststellen kann. Wir wissen, ich glaube, Katharina Nokon ist in zwei Wochen im Talk. Genau, Katharina Nokon hat mal in der Süddeutschen Zeitung, in der Süddeutschen Zeitung geschrieben, dass in keinem Land so gut erfasst worden ist, wo die Juden sind, als Niederlande, weil die Niederlande hatte kurz vor dem Einmarsch der Deutschen eine Volkszählung, in der auch die Religionszugehörigkeit abgefragt worden ist. Ja, und dann bist du sehr schnell an so einem Punkt, wo ich sage, aus dem Verständnis eines bundesrepublikanischen Bürgers, einer bundesrepublikanischen Bürgerin, ist diese historische, überlieferte Vorsicht vor dem, was der Staat machen kann, erstmal gerechtfertigt. Deswegen gibt es hier eine föderalistische Struktur, ja, zu sagen, es gibt keinen zentralen Datensatz, der irgendwo liegt, auf dem man irgendwo zugreifen könnte. Auch in Estland können sich ja Dinge verändern, ja, also wenn Gesetze geregelt haben, dass die Zugriff haben dürfen und die nicht, heißt es ja nicht, dass das in zehn Jahren noch so sein muss. Also Gesetze sind auch nichts anderes als in recht gegossene Vereinbarungen, die auch wiederum geändert werden können. Und ich glaube, dass dieser, ich sage mal, besondere bundesrepublikanische, die bundesrepublikanische Haltung über Daten und Datenschutz schon auch ein Stück weit ein Alleinstellungsmerkmal ist. Wir kennen es in anderen Ländern so nicht. Also in Amerika. Ja, ich meine, wir haben ja auch ausgesprochen gute Erfahrungen mit Diktaturen und Autokartensystemen. Also man muss ja nicht nur das Dritte Reich nehmen. Also auch mit der DDR-Zeit hatten wir ja auch einen sehr ausgeprägten Datensammelapparat. Von daher ja. Aber die Frage ist ja, gebe ich dir vollkommen recht, Michael, aber die technische Entwicklung und die technische Entwicklung, die bestimmt ja auch das Nutzungsverhalten und die Art, wie wir von Digitalisierung betroffen sind, ist eine globale Entwicklung. Ja, und die fragt halt eben nicht nach Vorerfahrungen und Befindlichkeiten, sondern die entwickelt sich immer weiter. Ich hatte jetzt erst letztens ein Gespräch mit einer Frau, Anfang Mitte 70, die sagte zu mir, ja, sie hat Angst, dass sie in zehn Jahren überhaupt nicht mehr in ihrer Umgebung klarkommt, weil dann alles nur noch mit Touch fällt und alles zu bedienen ist, was sie dann nicht mehr sieht und nicht mehr erkennt. Ja, das heißt, irgendwo, irgendwie müssen wir uns ja weiter bewegen. Genau, aber das sind ja ganz, ich sag mal, das sind ganz normale Entwicklungen, die unabhängig von Digitalisierung sind, dass es gesellschaftliche Entwicklungen gibt, an der man sich, an die man sich ein Stück weit anpassen muss. Wir haben ja, ich sag mal, in ganz vielen Bereichen, denken wir nur mal an Bücher. Bücher sind ja nicht Selbstverständliches, sondern Bücher sind ja auch historisch erst irgendwann mal auf den Markt gekommen und wir haben angefangen, aus Büchern zu lernen. Ja, nicht mehr durch das Vortragen und Weitererzählen von Geschichten, ja, sondern wir haben jetzt plötzlich Bücher gehabt, ja, die Diskussionen, ich sag mal, in den Wiener Kaffeehäusern, dass als Zeitung erschienen sind, dass man gesagt hat, oh mein Gott, jetzt gibt es da so Papierworte, die aufgeschrieben sind. Und das führt dazu, dass die Leute nicht mehr miteinander sprechen, weil jetzt alle nur noch hinter dieser Zeitung liegen. Das heißt, die Diskussionen tauchen immer wieder auf und diese Anpassungsprozesse sind unterschiedlicher Natur, ja. Und das wird ganz sicher so sein, dass es immer wieder auch bestehende Parallelstrukturen gibt. Also wir denken einfach mal an die Bankautomaten beispielsweise. Wenn man heute zum Schalter geht und will 50 Euro abheben, ja, werden sie einen mit hoher Wahrscheinlichkeit an den Automaten verweisen. Ja, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Aber ich weiß es noch aus eigener Erfahrung mit meiner Mutter, als sie das erste Mal ihre Bankkarte hatte, die gesagt hat, ich möchte das nicht nutzen und ich möchte noch, dass, ja, das geht noch. Aber es wird eine Übergangszeit geben und irgendwann gibt es das auch gar nicht mehr. Dann gibt es wahrscheinlich nur noch bargeldlosen Zahlungsverkehr. Ja, wobei, auch das ist wieder eine Besonderheit, Deutschland, was bargeldlosen Zahlungsverkehr angeht, doch eher zu den Vorsichtigen gehört. Aus gutem Grunde vielleicht auch. Vielleicht auch. Vielleicht ist das ja ein guter Punkt, das vielleicht auch, auch mal an die anderen Teilnehmenden zu richten. Wolfgang, der schreibt gerade, wir sind aber von gläsernen Bürgern noch weit entfernt. Siehe Gesundheitskarte, jedes Bundesland hat eigene IT-Systeme und bekommen sie nie verbunden. Ja, genau. Naja, das nie würde ich mal in Frage stellen. Es gibt viele technische Probleme, aber ich glaube mal, in zehn Jahren sieht das anders aus. Das sind Anpassungsprobleme. Die hat man bei allen Technologien gehabt. Wenn ich mal zurückdenke, also ich habe es ja nicht persönlich erlebt, Dampfmaschine bis hin zur Lokomotive, das hat 100 Jahre gedauert als Prozess. Ja, und so eine, ich sage mal, Digitalisierung und IT-Systeme, das ist jetzt vielleicht mal 15. 2019, die ersten Erfahrungen habe ich so Mitte der 80er Jahre gemacht mit IT-Systemen. 30, 2019. Ja, aber dass man jetzt sozusagen eine eigene IT hat und so. Ja, klar. Manche haben damals noch für ein großes Unternehmen gearbeitet, die hatten sowas. Und auch das Geld dafür. Ja, Wolfgang schreibt genau, die Probleme gibt es schon seit über 15 Jahren, genau. Ja, aber wie sehen die anderen das? Ich sage mal, sind wir als Gesellschaft zu vorsichtig? Sind wir nicht vorsichtig genug? Wo liegen so die Herausforderungen für uns als Gesellschaft, wenn ihr da Beiträge habt? Ah, die Elen, die schaltet sich schon mit dazu. Vielen Dank. Ich gebe dir auch direkt mal das Wort. Ja, ich bin, ich höre zu, aber ich bin sonst noch mit anderen Sachen Datenschutz beschäftigt. Ich glaube nicht, dass wir zu vorsichtig sind, aber ganz viele von uns Otto-Normal-Verbrauchern sind zu uninformiert. Also, und weil so wenig Grundinformation, also in meinen Augen so wenig Grundinformation da ist, gibt es halt auch diese totalen Ängstlichkeitsreaktionen da, wo es überhaupt nicht nötig wäre, in meinen Augen. Aber völlig, völlige Ahnungslosigkeit oder Naivität da, wo es meines Erachtens wirklich spannend wird. Nämlich überall da, wo sich so viele Daten ansammeln, dass da mit Profiling gemacht werden kann, ja. Also, ich glaube, da geht eine Entwicklung sehr stark auseinander, wo ich das Gefühl habe, wichtige Grundfunktionen werden nicht beigebracht, weil die Generation, die es den Kindern beibringen möchte, sich selbst schon nicht mehr damit auskennt. Die hat das einfach verpennt, auf gut Deutsch. Aber da, wo es relativ banal ist, also, ob mein Handy sich jetzt einloggt oder nicht, das lässt sich auch über eine stille SMS von irgendeinem Nachrichtendienst rauskriegen. Ja, da gibt es dann die totale Panik oder so. Ja. Also, weil es dann halt auch viel ist, resultiert einfach aus Halbwissen und Uninformiertheit. Also eher Unwissen als Halbwissen. Und Unwissen, ja. Und dass eben das Thema, ja, es ist ja digitale Bildung oder dass diese Digitalisierung im Bildungsbereich einfach noch zu stark auch vernachlässigt wird. Ja, die, die bilden sollten, können es ja in der Regel nicht. Also, guck dir an, wie weit Digitalität ein Thema für Lehrer ist. Ja, das wird immer noch gerne auf den Physiklehrer oder den EDV-Lehrer, falls es den an der Schule gibt oder die an der Schule gibt, abgeschoben. Dass das eigentlich ein Querschnittsthema ist, das also auch wirklich jeden Beruf angeht, das ist, glaube ich, in unserer Gesellschaft überhaupt noch nicht angekommen. Naja, das große Problem bei der, ich sag mal, Digitalisierung als technologischen Prozess ist auch, man muss so nie verstehen, wie ein Auto funktioniert, um mit einem Auto zu fahren. Ja, das heißt, man konnte in der Fahrschule Autofahren lernen, ohne zu verstehen, wie ein Wankelmotor oder ein Vierzylindermotor oder ein Boxermotor funktioniert. Nur, das funktioniert bei Digitalisierung nicht mehr. Ja, man muss sozusagen wirklich unter die Motorhaube schauen und das, was wir sehen, das ist immer auch nur so eine Oberfläche. Viele Dinge, die hinter diesen Oberflächen sind, verstehen wir gar nicht mehr. Auch die Fachleute verstehen das gar nicht mehr. Ich habe ja viel zu tun mit Leuten, die aus der Informatik kommen, die sagen, wir können ganz viele Prozesse nur noch im Nachhinein sozusagen versuchsweise rekonstruieren. Warum wird bei Facebook eine Nachricht angezeigt und eine andere nicht? Und bei einem anderen wird sie angezeigt und bei dem wiederum nicht? Wir wissen es nicht. Facebook ändert dreimal in der Woche die Mechanismen, die dahinter stehen. Da kommt man nie mehr raus. Wo ich dir recht gebe, ist ja natürlich, dass es eine Grundbildung braucht. Da wäre ich sofort dabei. Eine Grundbildung, die darauf abzielt, ein Stück weit dieser vom Bundesverfassungsgericht postulierten digitalen, informationellen Selbstbestimmung auch zurückzugeben. Das heißt, zu überlegen, was tue ich denn eigentlich? Also einfach mal innezuhalten in einem technologischen Prozess, der sehr schnell ist. Wir haben ja dieses Phänomen, dass alle zwei Jahre die Handys ausgetauscht werden, eigentlich bevölkerungsweit, fast bevölkerungsweit, alle zwei Jahre. Ja, mit neuen Technologien, mit neuen Funktionen. Ja, dieses Teil, dieses kleine Teilchen hat mehr Technik drin, als die ganze Apollo-11-Mission gesteuert hat. Falls jemand ganz experimentierfreudig ist, Katalina ist gerade rausgekommen. Ja. Falls jemand, wenn andere Lust hat, auf... Ja, und das ist so ein Stück weites Problem. Die Entwicklung ist so schnell, dass wir sowas wie einen schleichenden Gewöhnungsprozess gar nicht haben. Ja. Eigentlich gibt es so ein Gefühl von überrollt werden. Und das ist auch das, was du gesagt hast, ja. Dass viele sagen, Leute, da komme ich nicht mehr mit. Ja. Und das stimmt auch. Ja. Das stimmt auch. In vielen Bereichen komme auch ich nicht mehr mit. Ja. Und ich bin immerhin in einem Fachverband von Informatikern Mitglied, die sich nur mit diesen Fragen beschäftigen. Und selbst da ist es schwierig zu sagen, ja, wir blicken alles durch. Wir tun es nicht. Und selbst diejenigen, die es gemacht haben. So, der Wolfgang, der hat einen Kommentar dazu. Dein Mikrofon ist noch inaktiv. Moment, ich schalte mal von hier dein Audio ein. So, jetzt müsstest du... Jetzt kannst du reden. Ja, sorry. Aber ist der Gesetzgeber nicht auch überfordert? Der technologische Wandel geht doch viel, viel schneller, als jemals irgendwo ein Gesetz beschlossen werden kann oder geändert werden kann. Das sieht man ja häufig an Dingen, wo die dann eben jahrelang diskutieren. Und einer wie Facebook oder auch andere, die sind dann schon wieder Jahre voraus. Und was die dann beschließen, das hat eigentlich den technologischen Zustand vor fünf Jahren wieder beschrieben. Ja, absolut. So ist das. Genau so ist das. Letztendlich gibt es eine Überforderung. Und das Recht oder das, was sozusagen auf der politischen Ebene diskutiert wird, ist immer nachrangig. Das folgt immer einer Entwicklung und versucht. Ja, gelingt in der Regel nicht, aber es versucht immer wieder einzufangen und das Schlimmste irgendwie zu verhindern. Also wir denken sowas an die Datenschutz-Grundverordnung. Ja, zu sagen, Datenschutz-Grundverordnung ist eigentlich ein Versuch, dieser informationellen Selbstbestimmung ein Stück weit wieder Gewicht zu geben. Und das, was jetzt im Augenblick in der Mache ist, eigentlich auch schon längst da sein sollte, die E-Privacy-Verordnung der EU, ja, die kommt eigentlich nicht in die Pötte, weil sich die Menschen nicht einigen können, die politisch verantwortlich sind. Und die technologische Entwicklung geht weiter. Dahingehend ist im Chat jetzt auch gerade eine Frage von P. Wolk. Ohne mich zu fragen, werden meine Daten verkauft? Warum kann ich nicht entscheiden, wer was zu welchem Preis von mir erhalten soll? Naja, erstmal würde ich sagen, es gibt ja diese Möglichkeit zu sagen, welche Daten bin ich bereit rauszugeben? Ja, also was wir ja machen müssen, das sind so die ganz normalen Daten, Finanzamt, Einwohnermeldeamt und sowas. Wir müssen kein Smartphone benutzen, theoretisch. Meine Schwester tut es, meine Schwester hat kein Smartphone, meine Schwester hat auch keine E-Mail und man kann trotzdem überleben. Aber man ist aus bestimmten Prozessen ausgeschlossen. Also die Frage der Teilhabe und die Frage des Miteinanders ist an der Stelle oder führt an der Stelle dazu, dass man in der Regel mehr oder weniger gezwungen ist, sich zu beteiligen. Ja, und dann ist es die Frage, woher weiß ich denn, welche Daten überhaupt, ich sag mal, vermarktet werden. Das Einfachste und das Billigste und wo ich sagen würde, das Unproblematischste zumindest für die Erwachsene Welt ist, wenn meine Daten, die gesammelt werden, genutzt werden, um mir personalisierte Werbung zuzuspielen. Dann sage ich, okay, damit kann ich als erwachsener Mensch gut leben, weil ob ich mir jetzt die Schuhe kaufe oder nicht oder ob ich mir, keine Ahnung, für was ich da immer Werbung bekomme, der Sweatshirt kaufe oder sowas, das ist meine Entscheidung. Da kann ich souverän mehr oder weniger umgehen. Das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich mir irgendeinen Quatsch kaufe, den ich nachher doch nicht brauche. Ja, genau, dafür einfach nochmal so zum Hintergrund. Es ist ja auch nicht so, dass die Daten jetzt von Facebook oder Google, also von den Datensammlern, dass die jetzt wirklich gegen Bargeld an andere verkauft werden, sondern der Profit in den gesammelten Daten liegt ja darin, einen personalisierten Zugang für Werbung auch zu schaffen. Google und Facebook bieten ja an, du hast dein Produkt und ich biete es genau den Leuten an, die das jetzt haben wollen, auch wenn die das noch selber noch gar nicht wissen. Ja, und das ist ja die Art, wie auch monetarisiert wird. Deswegen kann Google ja auch ganz klar sagen, wir verkaufen keine Daten, sagt Facebook ja auch, weil sie ja eigentlich nur die Daten als Mittel zum Zweck zur Person hin monetarisieren. Genau, wir sind die Ware. Wir sind die Ware natürlich und in dem Moment, wo wir Smartphones und wo wir Dienste, kostenlose Dienste nutzen, die wir ja als, ich sag mal, Lohn bekommen für unsere Arbeit, sind die natürlich auch, ich sag mal, Arbeiter für Google und für Facebook, damit die ihr Geld verdienen können. Und erhalten dafür halt im Gegensatz, ich sag mal, kostenlose Dienste wie Google-Mail, Google-Dienste oder können auch ein soziales Netzwerk wie Facebook auch kostenlos nutzen, ohne dafür monetär Geld zahlen zu müssen. Ob das jetzt in einem gerechtfertigten Verhältnis ist, ich glaube, das muss jeder selber entscheiden, oder? Naja, also es wird ja schon auch im Chat angesprochen, das EuGH-Cookie-Urteil. Ja, das heißt, es gibt Möglichkeiten, es gibt Möglichkeiten, technisch gibt es die Möglichkeiten, möglichst große informationelle Selbstbestimmung auszuüben. Ja, zu sagen, da bin ich bereit, Daten zu geben. Ja, diese Seite gestattet mir nicht, sie zu benutzen, ohne dass ich das Ablegen von kleinen Cookies auf meinem Computer verhindern kann. Dann nutze ich diese Seite nicht. Dann sage ich, okay, da ist für mich Feierabend. Von mir bekommt ihr nichts. Ich wollte nur sagen, da ist die Gesetzgebung schneller gewesen als der Gesetzgeber. Die E-Privacy ist nicht fertig, aber das Cookie-Urteil deckt einen größeren Teil der EU-Privacy-Richtlinie ab. Naja, das sind ja ganz normale Vorgänge, dass du immer, ich sage mal, sogenannte undefinierte Rechtsbegriffe hast. Das heißt, du hast irgendeine Kraft, die normativ wirkt, irgendwie zum Norm wird, ohne dass daraus ein Gesetz wird. Und dann gibt es letztendlich Gerichte, die darüber entscheiden und Gerichte, die dann sagen, das geht und das geht nicht. Das haben wir in ganz vielen Bereichen, gerade im Jugendmedienschutz auch immer wieder, dass Gerichte sagen, das geht und das geht nicht. Und der Gesetzgeber letztendlich den Auftrag bekommt, das in ein Gesetz zu meißeln. Ob das immer so gut gelingt? Ja, wir werden es bei der E-Privacy-Verordnung sehen, die jetzt, glaube ich, seit drei Jahren in der Mache ist. Mindestens. Andersrum funktioniert es aber auch nicht. Wir haben die SGVO und die Rechtsprechung dazu ist genauso chaotisch. Aber das ist Rechtsprechung immer. Dann auslegende Rechtsprechung, das macht es auch nicht besser. Ja, aber das ist ja ein Kennzeichen von Rechtsprechung, dass Rechtsprechung versucht, etwas auszuhandeln in Urteilen, die sozusagen irgendwie ein Gewicht herstellen. Denn es gibt vom Amtsgericht Fulda gibt es ein Urteil über die Nutzung von WhatsApp. Da gab es also einen Sorgerechtsstreit zwischen den Eltern. Ja. Und letztendlich hat das Gericht gesagt, also liebe Eltern, bevor ihr eurem Kind WhatsApp installiert, müsst ihr als Eltern einen Kurs machen, wie das überhaupt funktioniert. Weil man festgestellt hat, man kann eher einfach die Technik nutzen, ohne sich Gedanken darüber zu machen, wie es funktioniert. Dass es aber Folgen hat, das sind ja jetzt alles noch individuelle Folgen, wir haben ja noch gar nicht über gesellschaftliche Folgen gesprochen, dass es Folgen hat für das Individuum, dass eben Daten oder Datenpakete oder Datenwolken verkauft werden zum Zwecke der Werbung oder bei den illegalen Märkten eben, dass dir E-Mails zugeschickt wird. Ich habe deine Praktiken beobachtet, schick mir mal fünf Bitcoins, damit ich das nicht deinen Freunden verrate. Das ist nochmal eine andere Sache. Aber das Zentrale ist ja sozusagen, es gibt individuelle Auswirkungen. Mit denen sage ich, was Datenschutz angeht, kann ich als erwachsener Mensch relativ souverän umgehen. Ich kann mich aber auch daran erinnern, dass hier in Rheinland-Pfalz von einem AfD-Mitglied auch gesagt worden ist, wir werden uns, wenn wir mal an der Macht sein sollten, daran erinnern, was ihr über uns geschrieben habt. Das heißt, da gibt es so ein Anzeichen und das hat das Bundesverfassungsgericht auch gesagt, es gibt keine persönlichen Daten, die unpolitisch sind. Weil die Freigabe von Daten, das, was wir sozusagen in der Öffentlichkeit freigeben, nie unpolitisch ist. Es hat immer wiederum Folgen. Und diese Folgen, die erkennen wir, ich sage mal, in Ansätzen gerade mal so, was gesellschaftliche Folgen sind. Also so etwas wie das Vertrauen in die Medien. Die einen rufen Lügenpresse und die anderen rufen Qualitätsjournalismus. Das führt letztendlich zu einer Spaltung der Öffentlichkeit. Ja, es gibt nicht mehr die Öffentlichkeit, dass es da irgendwo einen Raum gibt, trotz aller Unterschiede, FAZ und Frankfurter Rundschau und Süddeutsche Zeitung und die Welt und sowas, sondern es gibt jetzt, ich sage mal, Russia Today als eine Nachrichtenquelle, auf die sich jetzt eine ganz bestimmte Gruppe von Menschen zubewägt und sagen, das ist jetzt die Wahrheit. Und die anderen gehen dahin und sagen, das ist die Wahrheit. Und es gibt keinerlei Verbindung mehr dazu. Man kann sozusagen in seinen eigenen Wahrheiten sich die Welt so konstruieren, dass man nicht mehr miteinander reden muss, sondern nur noch zu sagen, okay, und das ist algorithmengesteuert. Beziehungsweise du sagst, man kann sich seine Welt konstruieren, beziehungsweise man bekommt sie ja auch konstruiert, wenn man eben viel auf Facebook oder in sozialen Netzwerken unterwegs ist und eben nur noch die Beiträge, also dass dieser Begriff der Filterblase eben von gleichgesinnten Menschen auch nur noch angezeigt bekommt und daraus ja seine komplette Tagesinformation eben rauszieht. Aber auf der anderen Seite finde ich, es klingt jetzt sehr, ja, natürlich ist es polarisierend, aber was ich halt sehr herausstechend finde, ist die Möglichkeit des sogenannten User-Generated Content, dass wir eben nicht mehr auf Verlage und auf Zeitschriften etc. angewiesen sind, sondern eben auch in einer digitalen Öffentlichkeit Inhalte sehen können, die von einzelnen Menschen auch ins Netz gestellt und publiziert wurden. Natürlich nicht jeder, nicht bei jedem steckt auch die Wahrheit dahinter und ich sage mal integere Ziele. Da macht es natürlich auch die Menge und die Masse aus, aber überlegen wir einfach mal, was in Ländern wie China, der Türkei oder Stichwort Arabischer Frühling, was passieren würde, wenn es eben keine Möglichkeit geben würde, außerhalb von staatlichen oder offiziellen Kanälen zu kommunizieren. Auch da müssen wir wieder sagen, man muss unterschiedliche Länder betrachten, also so etwas wie das Darknet, ich sage jetzt mal als Teil des Internets. In bestimmten Ländern wäre ohne diese Möglichkeit der anonymen Kommunikation gar keine Möglichkeit, sich auszutauschen, weil jegliche Meinungsbildung, ich sage mal, die entgegen von staatlicher Meinung stattfindet, unterdrückt wird. Hier haben wir eine andere Situation, hier haben wir eine Situation, wo wir eine Meinungsvielfalt haben und haben sollen und wo es auch in Ordnung ist, dass es ist. Aber wir haben, und da ist ein Stück weit, also würde ich ein Stück weit auch wieder in Konfrontation mit dir gehen, zu sagen, das, was Öffentlichkeit oder die Möglichkeit von Menschen, sozusagen sich jetzt öffentlich zu äußern, ist eine Pseudo-Öffentlichkeit. Also es gibt so, das hat der Jan-Hindrik-Schmidt vom Hans-Bredo-Institut, Medienwissenschaftler, relativ gut ausgearbeitet. Es gibt so etwas wie ein, der Schein, dass man scheinbar in die Öffentlichkeit wirken kann, aber durch die Algorithmen, die gesteuert werden, ja, bei Facebook, bei anderen Dingen, dass diese Algorithmen dafür sorgen, dass bestimmte Sachen auch gar nicht mehr nach oben kommen. Ja, das heißt, dass du zwar eine Öffentlichkeit, ich habe das ja gemacht, ich habe einen Blog geführt, mal testweise ein Jahr, ich habe angefangen mit ungefähr 120 Seitenzugriffen pro Woche, ja, im Januar, und bin am Schluss gelandet bei ungefähr 1200, also 100-fach, 100-fach, 120, genau, ich habe gerade gedacht, ein bisschen übertrieben, millionenfach, ja, und bin dann sozusagen, ja, ich habe eine viel größere Öffentlichkeit erreicht, aber gleichzeitig musste ich feststellen, ich habe ja über den Blog beworben, über Facebook und Twitter, das waren die einzigen Kanäle, die ich benutzt habe, dass manche Leute, die den Blog gelesen haben, diese gar nicht mehr angezeigt bekommen haben, wenn was Neues erschienen ist, ja, und das hat was zu tun mit dem Algorithmus, ja, dass der Algorithmus immer noch sagt, wer, wann, was sehen kann und was nicht. Natürlich kann ich meinen Blog, natürlich kann ich Öffentlichkeit viel besser wirken, also ich bin ja sozusagen auch, was mal die Tageszeitung angeht, also Taz als eine Zeitung, die im, ich sage jetzt mal, Umweltbereich, aus dem ich komme, auch eine ganz große Rolle gespielt hat, soziale Bewegung, die gesagt hatten, wir brauchen neben dieser Öffentlichkeit der ganz normalen, brauchen wir auch eine Publikation, die andere Themen mal aus einer anderen Sicht beleuchtet oder die gleichen Themen aus einer anderen Sicht beleuchtet, ja, das geht heute viel einfacher zu publizieren, nur wer sieht das, ja, wer sieht das, was du veröffentlichst auf deinem Blog und so weiter, es ist möglich, es ist möglich, aber es bedeutet viel Arbeit und es bedeutet viel Arbeit vor allen Dingen in der Kenntnis der Algorithmen. Ein Freund von mir, der ist auf YouTube aktiv, der hat ungefähr eine Million User, Follower, die ihm sozusagen auf seinem Kanal folgen, der sagt, ich bin eigentlich gezwungen durch den Algorithmus, jede Woche zwei Videos online zu stellen, ja, mache ich das eine Woche nicht, ja, bin ich draußen aus der Liste und ich merke das sofort. Das heißt, wenn ich in Urlaub fahre, muss ich, obwohl ich das eigentlich gar nicht will, muss ich vorproduzieren. Ich muss den Algorithmus füttern, damit die Leute, die mir folgen und die meine Informationen, das ist jetzt ein Informationskanal, die meine Informationen sehen wollen, die bediene ich eigentlich gar nicht, ja, sondern ich bediene den Algorithmus, damit ich überhaupt von denen noch wahrgenommen werden kann. Also das heißt, wenn wir vor vielen Jahren, ich sage mal noch, öffentlich-rechtliches Fernsehen, Radio und die Tageszeitung als einzige Informationsquelle haben, haben wir jetzt wesentlich mehr Quellen, dafür sind diese aber Algorithmus gesteuert und im Endeffekt, ja, wie finde ich denn dort irgendwie einen guten Weg, ich sage mal, um mich fundiert und auch objektiv informieren zu können? Ja, eigentlich das Klassische, was man schon in der Schule lernt, man muss gucken, welche Quelle mit welchem Interesse was veröffentlicht, das ist die Grundlage, also so etwas wie ein, ich nenne es mal in Anführungsstrichen gesunden Menschenverstand, zu sagen, okay, ja, wir wissen, die Zeitung, die ist eher da drauf, die ist eher da drauf, das ist ja auch nichts Neues, was mit der Digitalisierung kam, ja, also es gab schon immer, sag mal, die FAZ-Leser und die Frankfurter Rundschauleser, beides Zeitungen, die in Frankfurt erschienen sind, aber beide hatten eine unterschiedliche Gewichtung, ja, die einen waren eher konservativ wirtschaftsorientiert, die anderen waren eher sozialliberal, an den sozialen Bewegungen ungefähr, ganz grob geschnitzt dran, ja, also es gab schon diese unterschiedlichen Öffentlichkeiten, aber es gab auch noch den gemeinsamen Diskurs, ja, und der gemeinsame Diskurs war vor allen Dingen in der Politik, weil da diese unterschiedlichen Bereiche zusammenkamen, jetzt haben wir eine Situation, ja, die Wahlerfolge der AfD beispielsweise, als eine Bewegung, die zu den etablierten, auch zu den etablierten Medien eine kritische Haltung haben, führen dazu, dass sie ihre eigenen Medienwelten aufbauen und diese Medienwelten sind relativ abgeschlossen, also ich habe eine Bekannte von mir, eine Freundin von mir, die ist eher in diesem Spektrum, das ist meine einzige Verbindung in diesem Bereich und die postet jeden Tag auf Facebook und sie postet jeden Tag auf Twitter Nachrichten, von denen ich sagen würde, oh mein Gott, ja, aber ich sehe sie noch, ich sehe sie noch und habe noch eine gewisse Vorstellung davon, was in anderen Bereichen passiert und da gibt es jetzt tatsächlich ganz viele Kanäle, die ausschließlich nur noch die eigenen Leute bedienen und da geht es nicht mehr um gesellschaftlichen Diskurs, da geht es nicht mehr darum, um herauszufinden, welche Position hat man, sondern es gibt eine Aufteilung und diese Aufteilung haben wir in ganz vielen Ländern, das haben wir in Amerika, was die Öffentlichkeit angeht, repräsentiert natürlich auch im politischen Bereich, das haben wir in den Niederlanden, das haben wir in Italien, das haben wir in Frankreich, das haben wir in Polen, ja, das haben wir möglicherweise auch in China, aber in China ist eine relativ große Zufriedenheit mit der Regierung zumindest nach außen hin sichtbar, ja, diese Aufspaltung in zwei unterschiedliche Blöcke, ich nenne es jetzt mal wirklich Blöcke innerhalb der Gesellschaft, das ist eine Tendenz, die wir hier feststellen, ich mache am 6. November eine Veranstaltung über diese Studie Medienvertrauen, ja, da wird seit 10 Jahren wird geschaut, wie vertrauen eigentlich Menschen den Medien und da gibt es eine für mich erschreckende, wirklich erschreckende Entwicklung, die sagt, es gibt eine ganz große Masse in der Bevölkerung, ich rede jetzt vom Jahr 2000, es gibt eine große Masse in der Bevölkerung, die genau das sagt, von dem ich sage, das ist Qualität, nämlich zu sagen, welche Quelle hat welche Interesse, ja, und nur ganz, ganz wenig sind sozusagen in den Randbereichen, die sagen, Blühenpresse auf der einen Seite und die anderen, ja, die haben immer öffentlich-rechtlich haben immer Recht, das waren beides kleine Gruppen und die große Gruppe in der Mitte hat gesagt, man muss immer genau schauen, wer hat eigentlich welches Interesse an welchen Nachrichten für Öffentlichungen und das verändert sich radikal, diese große Gruppe in der Mitte ist in der Zwischenzeit so klein, ja, dass sie gerade mal noch 9%, also in der Sozialwissenschaft 9% ausmacht und die Randbereiche, die sagen, ja, ich vertraue den Öffentlich-Rechtlichen überhaupt nicht mehr, Lügenpresse macht im Grunde jetzt ein Viertel der Bevölkerung aus, ein Viertel der Bevölkerung, fast 25% stimmen der Behauptung zu, dass die Medien alleine den Auftrag haben, uns als Bevölkerung dumm zu halten. Also das ist jetzt auch schon mal erschreckt mich, tut mir leid. Also das ist auch schon mal ein ganz klarer, ich sage mal, gesellschaftlicher Wandel, ich sage mal, der, also auch die Kritikfähigkeit und, ich sage mal, das Vertrauen gegenüber unterschiedlicher Medien. Gut, also wir haben jetzt, wir gucken so ein bisschen mit auf die Uhr, wir haben jetzt verschiedene Aspekte, hatten wir jetzt, ich sage mal, so, ich sage mal, analysiert. Einerseits natürlich große Vorteile, die Digitalisierung mit sich bringt, wie es in anderen Ländern auch aussieht, was für Veränderungen oder dass es überhaupt für eine Gesellschaft unweigerlich zur Veränderung kommt, so wie es im Laufe der Jahre der Geschichte immer zur Veränderung gekommen ist, wird es auch weiter zur Veränderung kommen. Die Frage ist jetzt ja auch im Rahmen von unserem Projekt, wir haben jetzt ja auch überwiegend ja jetzt Menschen so ab 55, ab 60, aufwärts, die fangen jetzt auch vielleicht gerade an, sich mit Geräten zu entwickeln, was hast du denn für, ich sage mal, hilfreiche Tipps, damit man von diesem, ja, Wandel, der uns auch noch bevorsteht, nicht komplett erschlagen wird oder dass wir eventuell sogar noch mitgestalten können? Ja, es gibt natürlich Strategien gegen das Datensammeln. Also wenn das große Problem ist, dass andere ohne unser Wissen oder auch vielleicht mit unserem Halbwissen Daten sammeln, gibt es auf der anderen Seite so etwas, das nennt sich digitale Selbstverteidigung, also heißt tatsächlich so, dass man sagt, okay, ich beschäftige mich damit. Das ist aber das wie mit dem Auto. Ich muss unter die Haube schauen und unter die Haube schauen heißt, man muss ein Stück weit die technischen Grundeinstellungen an den Endgeräten, also den Geräten, die man benutzt, auch verstehen. Das heißt so etwas wie zum Beispiel GPS. Das Gerät hat natürlich GPS, aber ich muss es ja nicht einschalten. Warum muss ich dauerhaft GPS eingeschaltet haben? Es gibt dafür gar keinen Grund. Auch wenn ich von hier nach Frankfurt fahre, ich kenne die Strecke, ich brauche kein GPS. Will ich aber zum Beispiel sagen, okay, ich schaue mir mal an, wie ist der Straßenverkehr auf der Strecke von, ich bin jetzt gerade von Chemnitz nach Gießen gefahren, da habe ich mir vorher angeschaut, wie sind die Straßenverhältnisse? Wie ist, ja, dann kann ich mir das anschauen und dann kann ich losfahren und kann auch zwischendurch nochmal GPS einschalten, ja, um dann zu gucken, ja, gibt es vielleicht nochmal Probleme auf der Strecke und muss ich vielleicht nochmal was anders machen? Das heißt, Dienste wirklich nur einzuschalten, wenn sie benötigt werden. Mein liebstes Beispiel. Das heißt ja jetzt gerade, was du gerade beschreibst, ist ja genau das, profitieren davon, dass die anderen es nicht ausmachen. Weil Google kann dir diese Stau-Voraussagen ja nur liefern, weil es genug Handys gibt, die sozusagen ihren Standpunkt verraten und auch wie schnell sie von A nach B kommen, also wie viele Minuten sie brauchen, um 100 Meter auf der Autobahn vorauszukommen. Also das finde ich jetzt ein gefährliches Argument. Ich mache es aus, aber ich profitiere davon, dass die anderen so dumm sind und es nicht ausmachen. Also das finde ich eine schwierige Einstellung. Ja, ich finde die Einstellung nicht schwierig, weil wenn so mehr Menschen machen, gibt es halt ungenauere Vorhersagen. Aber das ist ja mein Problem. Aber auf der anderen Seite zu sagen, wir müssen alle das GPS aktivieren, damit alle möglichst was davon haben, dann würde ich sagen, dann würde ich eher so ein Start-up wie, wie heißt das? Waze. Waze. Waze ja auch zu Google gehört. Ja, aber würde ich eher als, würde ich eher unterstützen als Google Maps beispielsweise. Ja, weil da nochmal andere Dinge möglich sind, mit Fahrgelegenheiten organisieren und so weiter und so fort. Ja, da würde ich sagen, wenn ich diese Argumentation folge, dann würde ich das machen, aber ich würde es nicht über Google Maps machen beispielsweise. Und ich denke, man hat ja immer noch die Entscheidung, möchte ich das machen oder nicht? Also möchte ich aktiv, ich sage mal, zur Verkehrsanalyse beitragen? Ich glaube, wichtig ist, dass wir für uns selbst diese Entscheidung haben und dass uns die Entscheidung nicht durch die Technik abgenommen wird. Genau, es ist meine Entscheidung. Genau. Es ist meine Entscheidung und wenn damit die Welt für die anderen schlechter wird, weil ich mein Smartphone nicht benutze oder GPS nicht benutze, dann ist es, mein Problem nicht, sondern erst mal das Problem der anderen, genauso wie es mein Problem ist, wenn ich es nicht benutze, weil ich natürlich dann auch dazu beitrage, dass die Vorhersagen ungenauer sind. Also finde ich jetzt persönlich keine negative Haltung zu sagen, ich kann entscheiden, ich kann entscheiden, informationelle Selbstbestimmung, ich kann entscheiden, wann ich GPS einschalte und wann ich es nicht einschalte. Oder wenn ich Internet einschalte oder nicht einschalte. Auch die Frage von Berechtigungen bei Apps, auch was ganz Wichtiges, dass Apps eine ganze Reihe von Freigaben haben wollen. Also ich schaue mir ganz gerne mal die Taschenlampen-Apps an und die Freigabeanforderungen. Eine Taschenlampe soll mir am Smartphone erst mal nur Licht machen. In der Regel braucht man Zugriff auf die Kamera, weil darüber das Licht gesteuert wird, aber ansonsten erst mal nichts. Ja, wenn aber jetzt, wenn ich eine Taschenlampen-App installiere und da kann man sich anschauen in den App-Stores, was es da alles für Freigabeanforderungen gibt, ja, dann ist es so, dass manche wollen die Netzwerkverbindung, manche wollen die Telefonnummern, manche wollen Zugriff auf das Kontakt, auf die Kontakte, wo ich sage, Leute, ich will hier nur mal ein bisschen Licht in die Angelegenheit bringen und wo ich mich hier aufhalte und ob ich jetzt für die Taschenlampe GPS beitragen soll. Sorry, Leute, denn benutze ich eure App nicht. Wolfgang schreibt jetzt auch gerade noch im Chat, dass die Handys auch über die Funkzellen verfolgt werden. Das ist natürlich vollkommen richtig und das ist ja auch der große Punkt, der hinter der Vorratsdatenspeicherung auch steckt, dass eben unsere Mobilfunkanbieter regelmäßig im Prinzip über die Funkzellenabfrage wissen, wo wir sind und das eben auch für, ich glaube, drei Monate, das eben auch gespeichert wird, anlasslos. Und das ist eben der berechtigte Punkt da hinten dran. Das ist aber etwas, da kommen wir nur dagegen an, indem wir kein Handy oder kein Smartphone nutzen. Genau. Und das mit der Anlasslosen, das ist ja der Kernpunkt, eine anlasslose Speicherung. Ja, und da haben wir ja, ich sage mal, in Dresden mit den Demonstrationen, dass eben auch ausgewertet wird, wer nimmt eigentlich an Demonstrationen teil. Ja, auch wenn es nicht rechtlich gar nicht erlaubt ist, es kann ja gemacht werden. Ja, auch hier ist, das Recht folgt wiederum erst der faktischen, ja, verhindert in dem Augenblick, dass etwas genutzt wird, aber erst mal wurde es ja genutzt. Und das ist ja ein Grundproblem immer in der Digitalisierung, dass wir nicht genau wissen, was mit unseren Daten gemacht wird. Und wenn du jetzt aus Estland erzählt hast, dass der Staat in der Pflicht ist, ja, der Bürger ist Besitzer seiner Daten, ja, dann kann man das hier auch erst mal sagen, dass der Bürger oder die Bürgerin Besitzer von den Daten ist und freiwillig, ja, freiwillig erst mal Daten rausgibt. und diese Rausgabe von Daten beispielsweise mache ich, wenn ich sage, ich benutze ein Smartphone, dann stimme ich dazu, stimme ich dem zu, dass meine Daten sozusagen an die Funkzelle gesendet werden und gleichzeitig die Funkzelle mir Daten sendet, weil sonst wüssten die ja gar nicht, wo ich bin. Richtig, so könnte man auch nicht telefonieren, das Ganze würde seinen Zweck auch nicht erfüllen. Ich könnte aber auch sagen, ich schalte sozusagen in den Flugmodus um, dann gibt es diese Notwendigkeit der Funkzellenabfrage nicht, ja, die gibt es dann nicht und ich schalte es dann ein, wenn ich es wieder brauche. Richtig. Aber ich meine, da sind wir ja genau auch an dem Ziel von dem Projekt, also ich meine, es ist klar, dass es Veränderungen geben wird, es ist auch klar, welche Vorteile Smartphones auch mit sich bringen. Wir aber, ich gucke jetzt, was machst du jetzt hier gerade? Ich gucke gerade, was ich noch... Ach so, weil ich jetzt das hier nämlich gerade freigeben wollte und deswegen, also ihr seht, wir sind hier perfekt aufeinander abgestimmt. Wir sind hier sozusagen wie Batman und Robin des digitalen Zeitalters. Dream Team sozusagen. Genau und deswegen haben wir ja auch über das Projekt hinaus und auf das Smartphone-Entdecken-Website ja auch verschiedene Anleitungen und auch Videos eben, wie man, ich sage mal, die Zugriffsrechte einstellt, was das mit den GPS auf sich hat und ja, dass man sich halt eben auch einigermaßen selbstbestimmt in diesem Metier auch nochmal bewegen kann. Ich würde jetzt einfach nochmal die Frage beziehungsweise das Wort jetzt auch nochmal an die Zuschauenden ja richten. Gibt es von eurer Seite aus nochmal Ergänzungen? Gerne nochmal per Chat oder wir haben hier natürlich auch anders bezogen ein Hörertelefon. Könnt ihr auch gerne unter einer kostenpflichtigen, was hat man damals noch gehabt? 0800 0800 0800 war später da mal anrufen. Wenn es klingelt, gebe ich gerne einen aus. Sonst gibt es von eurer Seite aus noch Rückmeldungen oder Fragen, auf die wir jetzt auch nochmal eingehen können. So, wird doch mal geschrieben. Das sieht jetzt erst mal nicht so aus. Der Chat bleibt ruhig. Alle schütteln den Kopf. Prima. Michael, gibt es abschließend von dir noch einen Satz, einen Statement, einen Hinweis oder einen Tipp, den du jetzt noch mal an die Zuschauenden noch weitergeben kannst, damit wir eben nicht so überrollt von der gesellschaftlichen Veränderung werden? Also erstens würde ich sagen, ein Stück weit Gelassenheit. Die Welt wird sich weiter drehen, auch mit diesen ganzen Daten, die abgeliefert werden oder nicht. Ich sage ja, wenn es das größte Übel ist, dass ich Werbung zugespielt bekomme, dann okay. Damit kann ich ganz gut leben. Anders sehe ich das bei Kindern und Jugendlichen, die einer Werbeindustrie ausgesetzt werden. Aber das ist Erziehungssache. Da sind viele Eltern auch in der Frage einfach überfordert. Ich berate ja auch Kindertagesstätten in so Fragen von Mediennutzung. da gibt es letztendlich auch eine relativ große Überforderung. Muss man einfach sagen, weil es der Staat bisher nicht geschafft hat, dafür Strukturen zu schaffen, anders als in anderen Ländern, dass wir sozusagen das, was Elen vorhin gesagt hat, so eine Grundbildung überhaupt erst mal bekommen. Diese Grundbildung gibt es nicht. Ja, es ist mal so davon ausgegangen und das täuscht ein bisschen, es ist mal davon ausgegangen worden, dass die sogenannten Digital Natives, also diejenigen, die mit diesen Technologien groß werden, diese Technologien beherrschen. Nee, das haut nicht hin. Und die anderen sozusagen die Einwanderer, die Immigrants sind, die sich sozusagen schwer an diese Kulturtechnik gewöhnen können. Das ist völliger Blödsinn. Das ist völliger Blödsinn. Also diese Native, dieses Aufwachsen mit digitalen Medien heißt nicht, dass man diese kompetent nutzen kann. Deswegen ist es eine Grundaufgabe, auch aus meiner Perspektive, das sage ich auch immer unserem Kirchenpräsidenten, wenn wir reden, ja, das ist auch eine Grundaufgabe von Kirche ist, ja, wenn wir gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen wollen, aus meiner Sicht auch müssen und sollen, ja, dass wir da auch einsteigen mit in unseren Strukturen. Wir haben über 10, über 1000 Kirchengemeinden in der EKN, ja, warum können nicht, ich sage mal, 10 Prozent von Kirchengemeinden Angebote machen, mit Feedback einholen. Die EKN hat man ein Medienbildungskonzept im Jahr 2001 in Auftrag gegeben, an dem ich noch mitarbeiten durfte damals, ja, die genau das in den Blick genommen haben, gesagt haben, was müssen wir als Kirche tun und wir haben damals gesagt, wir haben hier ein Konzept entwickelt, wie Medienbildung in Kirche stattfinden kann und die Synode hatte damals leider gesagt, das ist ja schön und gut, aber es ist zu teuer. Wir wollten drei Stellen. Bildung kostet halt Geld. Und es kostet Geld und ja, gut, das andere ist halt, dass man sagen muss, man muss sich halt jetzt selber drum kümmern. Genau. Und das ist ja, ich sage mal, aus Sicht der Reformation auch nichts Neues. Genau, nur dass wir uns jetzt hoffentlich damit keine 500 Jahre jetzt Zeit lassen. Genau, aber ich denke, zumindest auch über das Projekt Smartphone entdecken, sind wir auch auf einem sehr guten Weg, auch vor Ort, uns mit der Thematik auseinanderzusetzen. Ja, in diesem Sinne, Michael, an dich, herzlichen Dank, dass du heute hier warst und auch für das Gespräch. Ich fand das sehr, sehr interessant. Wir werden das ja fortführen im nächsten Jahr. Genau, wir werden es fortführen. Es wird im nächsten Jahr so etwas wie einen Live-Podcast geben mit uns beiden, dass wir einmal im Monat zu bestimmten digitalen Themen auch hier zusammenkommen und einfach mal schauen. weil für uns geht es ja auch darum, wir müssen oder wollen neue Formate ausprobieren, einfach mal austesten und gucken, wie diese ankommen und Bildung und Digitalisierung, das sind so große Themen. Ich glaube, da haben wir noch ganz viel auszuprobieren. Und es macht Spaß. Auf jeden Fall, genau. Auch in dem Sinne hoffe ich, dass euch der Spaß auch noch erhalten bleibt und ja, wünsche euch zu dieser späten Stunde dann noch einen schönen Abend, eine restliche Woche. Schöne gute Nacht. Vielen Dank. Vielen Dank. Schlaf gut. Genau. Und träum schön. Bis später. Tschüss. Tschüss.